Soll ich meine Energie zunächst in die Prozesssteuerung oder in die Prozessoptimierung stecken? Die Frage taucht bei meinen Kunden eigentlich immer wieder auf und die Reihenfolge ist tatsächlich wichtig, was man zuerst macht. Und daher verrate ich Ihnen jetzt meine Antwort und vor allem meine Begründung, auf was Sie sich als allererstes konzentrieren sollten, wenn Sie sich mit dem Thema Prozessmanagement in Ihrem Unternehmen professionell beschäftigen wollen. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und nach dem ersten Blick scheint es egal zu sein, ob Sie mit der Prozesssteuerung oder mit der Prozessoptimierung beginnen. Das sind ja zwei wesentliche Faktoren beim Aufbau eines funktionierenden Prozessmanagements. Aber Sie haben im Tagesgeschäft ja auch nur begrenzte Ressourcen. Und daher ist es schon wichtig zu wissen, wo fängt man eigentlich genau an? Also, wo steckt man seine Zeit und seine Energie rein, wenn man eben kein Großkonzern ist, wo man sich mal schnell so 10 bis 100 Prozessoptimierer leisten kann? Deswegen vielleicht am Anfang eine kurze Einordnung. Also die Prozessoptimierung wird ja in vielen Betrieben nebenbei oder aus Zufall betrieben. Da hat also ein Mitarbeiter eine gute Idee, die aus Glühbirne quasi über dem Kopf so erscheint und wie man eben etwas einfacher oder leichter machen kann, dass es besser von der Hand geht. Und das probieren wir dann eben aus, ob dann die Idee tatsächlich funktioniert und setzt es um und dann läuft der Prozess gefühlt eben etwas besser. Also das ist die Art und Weise, wie in den meisten Betrieben, die noch einen relativ niedrigen Reifegrad haben im Bereich Prozessmanagement, wirklich Prozessoptimierung funktioniert. Also eine Idee ausprobieren, machen, ja, geht besser. Aber nach einiger Zeit hat der Mitarbeiter wieder eine gute Idee und damit fängt der Zyklus wieder von vorne an. Also auf die Art und Weise fängt man eben dann an, Ideen getrieben seine Abläufe entsprechend zu verbessern. Und so funktioniert auch tatsächlich das klassische Ideenmanagement, was es also in größeren Betrieben auch gibt. Also dieses betriebliche Vorschlagswesen, wo für jemand vielleicht noch für jede eingereichte Idee dann am Ende noch an einer Verlosung daran teilnimmt und dann gibt es dann E-Bikes oder irgendwelche Tablets oder ähnliche Sachen zu gewinnen, um die Leute anzuregen eben, dass sie solche Ideen auch kommunizieren sollten. So, es gibt aber zwei Probleme. Erstens hat nicht jeder Mitarbeiter gute Ideen, sondern es gibt auch Mitarbeiter, die vor sich hin arbeiten und sich mit den täglichen Unzulänglichkeiten einfach arrangiert haben. Und zum anderen ist die Anzahl der Ideen, die so als Glühbirne über dem Kopf erscheinen, ist also eher begrenzt. Und diese Ideen sind dann auch irgendwann abgearbeitet und selbst ihre kreativsten Köpfe gehen früher oder später mal diese heuristischen Ideen einfach mal aus. Die Prozesssteuerung, im Gegensatz des dazu, wird von dem Prozessverantwortlichen durchgeführt. Und er beobachtet den Prozess anhand von festgelegten Kennzahlen. Weicht also eine Kennzahl von einer Vorgabe ab, dann muss eben Gegensteuer werden. Und alle anderen Aufgaben, Rechte und Pflichten, die der Prozessverantwortliche eben so hat, die haben wir in diesem Video mal genauer beleuchtet. Also schauen Sie sich mal an, wenn Sie noch ein bisschen unsicher sind, was die Rolle des Prozessverantwortlichen alles beinhaltet. Das haben wir da nochmal genau erklärt. Reinschauen lohnt sich. Und dieses Gegensteuern, wenn der Prozess also nicht tut, was er soll, ist dann letztendlich die Beauftragung von kreativen Köpfen, diesen Prozess zu verbessern. Und der Unterschied ist eben jetzt zum Ideenmanagement, dass hier ein ganz bestimmter Betrachtungsbereich eben verbessert werden soll. Zum Beispiel, wenn es die Abrechnung von den Kunden in ihrem Betrieb durchschnittlich 20 Tage dauert, und das ist zu lange, und das soll in Zukunft eben nur noch 10 Tage dauern. Dann ist eben dieser Betrachtungsbereich für diesen Abrechnungsprozess eindeutig die Durchlaufzeit. Und der Prozess soll also schneller werden. Macht euch mal darüber Gedanken. Bitte kommt mit guten Vorschlägen. Das ist so dann, wie man eigentlich als Prozessverantwortlicher den Experten letztendlich spricht. Wie kriegen wir es hin, dass das einfach irgendwie schneller von der Hand geht? Oder eben, dass die Abrechnungen von den Lieferanten eben immer noch mit der Briefpost kommen, die man dann entsprechend aufmacht mit so einem Brieföffner und sich das anschaut und dann wird es gescannt und sonst was alles, anstatt eben in einem maschinenlesbaren Format, wie zum Beispiel Edifact. Also wenn so eine Edifact-Nachrichtung von einem Lieferanten reinkommt, wird die eben gleich automatisch in den entsprechenden ERP-Systemen verarbeitet und da wird eben nichts mehr gescannt, aufgemacht oder rumgereicht. Und durch diese Prozesssteuerung werden also ganz konkrete Aufträge zur Verbesserung festgelegt. Und das ist ein ganz anderes Vorgehen als beim Ideenmanagement, bei dem die Verbesserung ja eigentlich eher aus Zufall gefunden wird. Die Krux an der Sache ist, dass ich bisher in den vielen Betrieben, wo ich jetzt in den letzten 15 Jahren unterwegs war, kaum einen Betrieb kennengelernt habe, der also eine funktionierende Prozesssteuerung implementiert hatte. Also damit tun sich Betriebe sehr, sehr schwer. Und auf die Frage, wie viele Angebote denn im Jahr so geschrieben werden und wie viel Zeit das entsprechend braucht und wie viele Angebote dann vielleicht so aufträgen werden, bekam ich also von meinen Kunden in der Regel folgende Antwort. Ja, müsste man mal nachschauen. Ich schätze mal so, um die 50% werden vielleicht so aufträgen, könnte aber auch anders sein. Und wie lange braucht man das so? Naja, so eine halbe Stunde vielleicht oder auch nicht. Ja, also mangels Daten und Kennzahlen zum Prozess gibt es halt keine Prozesssteuerung. Und ohne Prozesssteuerung kommen Sie nicht in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess rein, sondern Sie haben eben nur punktuelle Verbesserungsideen, die aber irgendwann einfach mal abgearbeitet sind. Und das hört sich doch jetzt relativ stark nach diesem Henne-Ei-Problem an, oder? Also dafür gibt es eine Lösung. Wenn Sie jetzt unseren Karbonal abonnieren, dann verpassen Sie eben keine Videos mehr mit genau solchen Lösungen, also entsprechend jetzt Klick und auch dann dieses Glöckchen, dann bleiben Sie auf dem Laufenden. Also wie sieht jetzt so eine solche Lösung eben aus, wie man Prozessoptimierung und Prozesssteuerung miteinander sinnvoll verknüpft? Ich sage mal, der erste Optimierungsschritt, also die erste Prozessoptimierung, ist daher immer der Aufbau einer vernünftigen Prozesssteuerung. Und wenn Sie sich an diese Regel halten, dann bekommt man sofort auch dafür ein gutes Gefühl, wo die echten Probleme in den Prozessen lauern und kann zielgerichtet eben seine knappen Ressourcen, die Mitarbeiterkapazität, auf die wahren Probleme richten. Und vor allem wird man damit auch jede Verbesserung auch wirklich in den Prozesskennzahlen als Verbesserung sichtbar. Und damit ist der Erfolg auch tatsächlich unmittelbar nachweisbar. Und es ist wirklich befriedigend, wenn man sagt, ich habe jetzt mir Gedanken darüber gemacht, wie wir diesen Prozess eben von 20 auf 10 Tagen Runden bringen und verkürzen können, damit das Ganze schneller geht, vielleicht sogar weniger Bearbeitungszeit dauert, weil es leichter geht, wir müssen nichts mehr kennen, sonst geht im Einzelnen, rutscht alles durch. Das ist doch wirklich klasse, wenn man das wirklich auch nachweisen kann, was da tatsächlich passiert ist. Und das motiviert wirklich ungemein, weil man ja so oft dieses Gefühl hat, dass man arbeitet, ohne dass es sichtbar wird. Also wenn Sie bloß irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, dann sieht man am Abend halt nicht, was man wirklich geleistet hat. Also probieren Sie es doch mal aus und schreiben Sie mir doch da mal Ihre Erfahrungen in die Kommentare rein. Denn wir werden also diese Themen Prozessoptimierung und Prozesssteuerung noch viel, viel weiter vertiefen. Bleiben Sie also dran und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichen Dank, Ihr Axel Schröder.